Die tragischen Figuren sind gerade dabei, irgendeinen intergalaktischen Killerkarpfen aus dem Maus zu zahlen. Oder auch nicht. Ist das aber komisch? Ist es uns jetzt vermutlich, mit einem Ous zu fischen? Ja schon, aber ist uns das wurscht, weil die ganzen Muratzen die fischen nämlich auch den ganzen Tag, wenn ich es interessiert kann. Ah, der Köder ist weg, der Fisch auch. Super, da haben wir es geschafft. Wir haben da was ganz Tolles, jetzt nicht mehr. Der Hofe, der Killerkarpfen, hat da nämlich schon einen Kurs rausgefischt. Genau, sowas. Wo wäre dein Wund jetzt zu fahren? Wurscht, außerdem nicht. Zwar so kleine Guratzfischer da rausgefischt. Ist aber wahr. Also ich persönlich wäre ja für die Arten da draußen, die ist wenigstens übersichtlich. Na ja, der Köder ist weg. Ja, das ist bei dem Müllwetter. Die Fundviecher, die. Geschissene WC-Arten da draußen, die kriege ich auch. Aber deine Nummer dafür haben wir schon aufgeschrieben. Du Sau. Ja, der kennt sich sowieso nicht so aus. Das ist eh schon wurscht. Ist jetzt ein Video? Ja. Ey, Mann! Wo hat's los mit Fas? Wenn wir an den See gegangen, da scheißt der aus. Der macht ja wirklich ein Video. Das kommt schon von jetzt. Schaut's ja, da ist ja voll Fett dabei. Ich hab jetzt noch Bier. Der sauft schon wieder. Jetzt ist die... Na ja, der geht sich nicht so aus und sauft sein drittes, viertes, zwölftes Bier. Irgend so was. Dreh des. Dreh des, ne. Haltes Schauf noch. Was rede ich für Bier, wo er gestern vernichtet hat? Ja, fast sogar Zuckeletten und was dazu. Ah, über 50 Bier. Ja, fast so. Jetzt weiß ich auch, warum es Schädel wäre. Ja, das ist verdammt zags. Ein Bierseufer zu sein. Verdammt zu sein. Verdammt zu haben, ein Brot zu sein. Na ja, du schaust du alles im Scheißhaus, ne? Das ist immer noch gut gegangen heute. Aber was wollen wir da Planloses machen? Das ist ein tolles Bier. Super Bier. So eine Pitsch. Da, la, 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 la. Dann ist er planlos persönlich. Passt noch da wieder rum. Und Heimsy tut's schon wieder kippen und rumliegen, damit's möglichst schnell wieder schlafen kann. Außerdem träumt sich keiner von Mampf. Hihihi. Tschüssi.